Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. In diesem neuen Jahr hat er jetzt lange genug gedauert. Doch jetzt endlich bin ich wieder zurück mit einem neuen Tutorial. Wir kümmern uns heute ein bisschen um das gute, schlechte Wetter. Wir erstellen nämlich heute einen Wettereffekt mit Regen oder mit Schnee. Oder das normale Wetter. Ich habe das Tutorial ziemlich einfach gehalten, ziemlich einfach runtergesetzt. Es gibt auch noch ein paar schwierige Varianten mit Schleifen und so weiter. Da habe ich jetzt mal alles weggelassen. Wir brauchen nur ein paar Schalter, ein paar Variablen. Und dann sollte das alles funktionieren. Wie dem auch sei, lange genug gelabert. Los geht's mit dem Intro und mit dem Tutorial. Viel Spaß damit. Als erstes öffnen wir unsere gewöhnlichen Ereignisse, benennen das Ereignis in Wetter und setzen es auf Parallelprozess. Den Schalter nennen wir ebenfalls Wetter. Jetzt klicken wir doppelt in die leere Zeile und wählen in der zweiten Seite 120 Frames warten. Jetzt wählen wir direkt darunter eine bedingte Abzweigung aus. Dort wählen wir Variable aus und nennen sie Wetterart. Diese Variable ist später dazu zuständig, welches Wetter wir gerade haben. Wählt noch daneben das Gleichheitssymbol und einen Haken beim Else-File aus und klickt auf OK. Klickt nun in diese Bedingung und wählt Variable steuern aus. Nennt diese Variable Dauer. Diese Variable ist, wie der Name schon sagt, für die Dauer des Regens zuständig. Wählt bei Operation hinzufügen und bei Operant eine 1. Wir klicken nun ganz unten bei Beenden in die leere Zeile und wählen bedingte Abzweigung aus. Nimmt die gerade erstellte Variable Dauer und setzt die Konstante auf 50. Wählt daneben das gleiche oder größere Zeichen aus und klickt auf OK. In dieser bedingten Abzweigung klicken wir nun doppelt und wählen diesmal wieder Variable ändern aus. Wählt dort die Variable Wetterart, bei Operant wählen wir nun zufällig aus, zwischen 0 bis 6. Wir klicken auf OK und kopieren die obere Variable mit der Dauer und fügen sie unter Wetterart ein. Jetzt den Operanten noch auf 0 und die Operation auf 1 stellen, damit wir die Dauer wieder auf 0 zurückgesetzt haben. Jetzt haben wir eine Art Wetterschleife erstellt, in dem sich in einer bestimmten Zeit die Variable Wetterart ändert. Nun geht es darum, das Wetter einzustellen. Jetzt klicken wir ganz unten in die leere Zeile und wählen bedingte Abzweigung aus. Dort klicken wir auf Variable und wählen Wetterart aus. Den Wert setzen wir auf 0 und daneben klicken wir auf das größte Gleichsymbol. Nun kopieren wir noch diese Bedingung und fügen sie direkt in der geraten erstellte Bedingung ein. Diese bearbeiten wir nun. Wählt das kleiner Gleichsymbol aus und gebt einen Wert von 5 ein und klickt auf OK. Sollte die Variable nun zwischen 0 und 5 sein, kommen wir nun in die nächste Abzweigung rein. Klickt nun in die Bedingung und wählt Wettereffekt aus. Bei Wettertyp geben wir in diesem Fall keine ein, so dass wir normales Wetter haben, sobald die Variable zwischen 0 und 5 ist. Erst wenn die Variable auf 6 ist, soll es regnen oder schneien, aber dazu kommen wir gleich noch. Bei Dauer wählen wir ein Frame aus und klicken auf OK. Wir klicken nun ganz unten nach dem Beenden, doppelt in die leere Zeile und wählen bedingte Abzweigung aus. Wir markieren Variable und wählen die Wetterart Variable aus. Daneben das Gleichheitssymbol. Die Konstante setzen wir auf 6. Nun klicken wir doppelt in die Bedingung und wählen nochmals bedingte Abzweigung aus. Diesmal wählen wir einen Schalter, den wir Schneeregion nennen. Der Schalter ist dazu zuständig, ob es in diesem Gebiet gerade schneit oder regnet. Wir wählen noch, dass der Schalter an sein muss und machen einen Haken beim Elsfall. Klickt nun auf OK. Klickt nun in diese Bedingung, wenn die Schneeregion an ist, doppelt auf die leere Zeile und wählt Wettereffekt. Bei Typ wählen wir Schnee aus. Stärke setze ich auf 5. Den Haken bei Warten auf Schluss entfernen wir noch und klicken auf OK. Wir kopieren nun den Wettereffekt und fügen ihn im Elsfall ein. Wir ändern jetzt das Wetter von Schnee zu Regen und klicken auf OK. Jetzt scrollen wir ganz nach oben, dort wo wir noch einen Elsfall übrig haben. Wir kopieren die Variable Dauer in den Elsfall und ändern sie von 1 auf 2. Somit hört der Regen schneller auf und das normale Wetter ist doppelt so lange wie das schlechte Wetter. Jetzt übernehmen wir alles und gehen zurück zu unserer Map. Ich habe hier schon mal ein kleines Haus vorbereitet mit einer Türe, der zum Indoor-Bereich führt. Solltet ihr noch nicht wissen, wie so eine Türe funktioniert, verlinke ich das Natur hier in der Infobox. Bei der Türe habe ich noch ein Teleport eingefügt und den Wettereffekt auf keine gestellt mit einem Frame warten. Im Indoor-Bereich habe ich ebenfalls ein Teleport. Und wenn die Variable Wetterart auf 6 ist, soll es regnen. Oder wenn der Schalter Schneegebiet an ist, schneien. Wir erstellen auf der Start-Map noch ein kleines Ereignis, der das Wetter-Event anschaltet. So, das meiste haben wir jetzt hinter uns. Jetzt müssen wir uns nur darum kümmern, dass es im Indoor-Bereich nicht mehr regnet, sondern nur noch draußen regnet. Viel Spaß damit! Wir klicken nun doppelt auf unsere Türe, wir schneiden kurz den Wettereffekt aus und fügen es vor dem Teleport. Da sonst nach dem Teleport der Regen noch kurz gesehen wird. Jetzt klicken wir ganz unten in die leere Zeile und erstellen einen neuen Schalter, den wir Indoor nennen. Wir stellen diesen auf An, wir übernehmen das Ganze und gehen zu unserem Indoor-Bereich. Dort schalten wir den Schalter nach dem Teleport wieder aus. Nun gehen wir zu unserem Wettereffekt-Ereignis, klicken dort, wenn die Variable auf 6 ist, doppelt in die Bedinnung, um eine neue einzufügen. Nehmt den Schalter und benutzt den Schalter, den wir Indoor genannt haben. Daneben wählt ihr, dass er aus sein soll. Klickt nun auf OK. Markiert nun die Bedinnung mit IF BETTER ART IS 6. Schneidet alles aus und fügt es in die gerade erstellte Bedinnung. So, das ist es nun. Wir sind fertig. Lasst uns das Spiel testen. Ich habe den Wetterwechsel hier gerade ein wenig schneller eingestellt, damit ich euch zeigen kann, dass alles soweit funktioniert. Den Indoor-Bereich könnt ihr überall dort anmachen, wo es nicht regnen soll. Der Schalter für das Schneegebiet wird dann angemacht, wenn es natürlich schneiden soll. Man könnte ihn auch dazu nutzen, um Sommer- und Winterzeiten einzustellen. So, das war es jetzt mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hoffe, ihr konntet alle das Tutorial nachmachen, wenn es Fragen gibt, unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch neue Ideen drunter schreiben. Vielleicht setze ich sie dann in dem nächsten Video um. Das war es jetzt eigentlich. Bis dahin. Tschüssig aufs Deal. Tschüssig aufs Deal. Tschüssig aufs Deal. Tschüssig aufs Deal. Tschüssig aufs Deal.